Gehören zu Ihrer Partei auch Menschen mit Behinderungen? Die FDP ist eine Partei für alle Menschen. Die FDP hat auch Mitglieder, die Behinderung haben. Was bedeutet für Sie Inklusion? Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Menschen mit Behinderung werden oft benachteiligt. Das finden wir nicht gut, denn Menschen müssen über ihr Leben selbst bestimmen können. Seit zehn Jahren gibt es die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass die Bestimmungen für Menschen mit Behinderung auch wirklich umgesetzt werden? Wie wird das gemacht? In der Welt gibt es viele Gesetze, damit Menschen gut behandelt werden. Jedes Land muss dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung diese Rechte bekommen. Die FDP findet das sehr wichtig. Im Bundestag entscheiden Politiker über diese Rechte. Die Bundesregierung hat die Forderungen der FDP dazu leider abgelehnt. Gibt es das Programm Ihrer Partei auch in leicht verständlicher Sprache? Das Wahlprogramm der FDP gibt es natürlich auch in einfacher Sprache. Jeder Mensch soll wählen können, wie und wo er wohnen möchte. Dafür muss es Wohnungen geben, die barrierefrei sind und die man bezahlen kann. Was tun Sie dafür? Die Idee der FDP, der Staat bezahlt Geld, wenn man Häuser ohne Hindernisse baut. Manche Häuser sind sehr alt und nicht barrierefrei. Mitarbeiter einer Wohnberatungsstelle helfen beim Umbau. Wenn es mehr Häuser ohne Hindernisse gibt, sind diese Häuser auch nicht zu teuer. Es gibt das Gesetz zur Wohnraumförderung. Daran ist geregelt, wer eine besonders günstige Wohnung bekommen kann. Wohngemeinschaften können das nicht, denn sie erhalten keinen Wohnberechtigungsschein. Sind Sie dafür, dieses Gesetz zu ändern? Damit auch Wohngemeinschaften einen Wohnberechtigungsschein bekommen, muss das Gesetz geändert werden. Erst kürzlich ist in Potsdam mit einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung Schreckliches passiert. Eine Pflegerin hat vier Bewohnerinnen getötet und eine weitere schwer verletzt. Menschen mit Behinderung sind nicht ausreichend vor Gewalt geschützt. Was tut Ihre Partei dafür, um das zu ändern? Menschen müssen geschützt werden. Gewalt gegen Menschen mit Behinderung ist schlimm. Wenn es mehr Pfleger gibt, kann man gut kontrollieren. Dann kann Gewalt verhindert werden. Was unternehmen Sie für Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr? Busse und Bahnen müssen bis zum Jahr 2026 barrierefrei sein. Bahnsteige und Haltestellen dürfen keine Hindernisse haben. Die FDP möchte keine Hindernisse für Menschen mit Behinderung. Es muss Platz sein für einen Rollstuhl. Und Taxis müssen auch barrierefrei sein. Wie wollen Sie Menschen mit Behinderung unterstützen, mobil zu sein? Alle Menschen sollen Straße und Wege benutzen können. Dafür ist noch viel zu tun. Es gibt Autos, die können fahren ohne einen Fahrer. Die FDP findet, dass diese Autos eine gute Hilfe sind. Sie können Menschen mit Behinderung unterstützen. Was unternehmen Sie für digitale Barrierefreiheit? Menschen mit Behinderung sollen in der Wohnung einen Internetanschluss haben. Internetseiten von Politikern sollen barrierefrei sein. Internetseiten von Ämtern sollen auch barrierefrei sein. Wie wollen Sie Menschen mit Behinderung unterstützen, das Internet und andere digitale Angebote nutzen zu können? Jeder Mensch soll das Internet und digitale Angebote nutzen können, ohne Hilfe. Dafür muss es eine Regel geben. Zum Beispiel, dass es Nachrichten in leichter Sprache geben muss. Viele Gesetze und Bestimmungen zur Inklusion und Barrierefreiheit gelten nur für öffentliche Einrichtungen. Es wäre aber besser, wenn Gesetze auch für private Unternehmen gelten. Wie sehen Sie das? Private Unternehmen sollen sich an Inklusion beteiligen. Manche Unternehmen haben nicht genug Geld, um barrierefrei zu sein. Deshalb kann man sie nicht zwingen, barrierefrei zu sein. Diese Unternehmen kann man mit Geld unterstützen. Dann können sie barrierefrei werden. Sollen private Unternehmen eine finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie etwas für Barrierefreiheit tun? Viele Unternehmen möchten barrierefreie Arbeitsplätze anbieten. Dafür können sie nach Geld fragen, wenn sie selbst kein Geld haben. Manchmal dauert das zu lange. Die FDP sagt, das muss schneller gehen. Dann können Unternehmen auch Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz geben. Wir möchten, dass der Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung überall in Deutschland gleich ist. Niemand soll mehr oder weniger bekommen, weil er in Dresden oder Düsseldorf lebt. Werden Sie sich nach der Wahl dafür einsetzen? Vieles kostet beispielsweise in Dresden weniger Geld als in Düsseldorf. Ein gleicher Ausgleich ist deshalb nicht gerecht. Alles, was gebraucht wird, muss bezahlt werden können. Wir wollen daher den Nachteilsausgleich verbessern. Er soll für mehr Menschen gelten. Er soll flexibel gestaltet werden. Viele Menschen mit Behinderung arbeiten in Werkstätten. Sie hätten aber lieber eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Was macht Ihre Partei, damit die Menschen eine andere Arbeit bekommen können? Oder denken Sie, alle Menschen mit Behinderung sollen in Werkstätten arbeiten? Die Werkstätten sind wichtig für Menschen mit Behinderung. Wichtiger ist ein richtiger Arbeitsplatz. Das unterstützt die FDP. Dafür wollen wir die Vermittlung von Arbeitsplätzen verbessern. Menschen mit Behinderung brauchen oft Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen. Dafür gibt es die Leistungen der Eingliederungshilfe. Für einige dieser Leistungen muss man etwas Geld dazugeben, wenn man Geld verdient oder Vermögen hat. Wir möchten, dass Einkommen oder Vermögen nicht angerechnet wird. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen? Wir möchten allen Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Deshalb ist es gut, wenn Menschen mit viel Geld etwas zu ihrer Unterstützung dazugeben. Manchmal brauchen Menschen mit Behinderung die gleiche Leistung zur gleichen Zeit. Dann kann die Leistung für mehrere Menschen mit Behinderung gemeinsam erbracht werden. Das heißt poolen. Damit kann Geld eingespart werden. Sollte man das machen, auch wenn das Menschen mit Behinderung nicht wollen? Wie denkt Ihre Partei dazu? Jeder Mensch hat eigene Wünsche. Das ist für uns am wichtigsten. Wir wollen keinen Menschen zu etwas zwingen, was er nicht will. Manchmal kostet das mehr Geld. Das müssen wir akzeptieren. Kinder mit Behinderung sollen mit anderen Kindern gemeinsam die Schule besuchen. Das nennt man schulische Inklusion. Wie wird sich Ihre Partei dafür einsetzen? Ja, viel mehr Kinder mit Behinderung können gemeinsam mit anderen Kindern die Schule besuchen. Dafür setzen wir uns ein. Es wird aber nicht für alle möglich sein. Deshalb brauchen wir auch weiterhin besondere Schulen. In einer Werkstatt verdient man sehr wenig Geld. Als Mensch mit Behinderung bekommt man einen Zuschuss zur Miete mit etwa 200 Euro. Damit muss man jeden Monat auskommen. Ein Abgeordneter bekommt sehr viel mehr Geld. Finden Sie das richtig? Wie begründen Sie das? Ja, ein Abgeordneter bekommt mehr Geld als ein Werkstattmitarbeiter. Es gibt viele Berufe, wo Menschen mehr Geld bekommen. Und entscheidend ist, dass jeder die Chance hat, Geld zu verdienen, um sein Leben zu bestreiten. Wir wollen deshalb mehr Menschen in einer Werkstatt helfen, einen richtigen Arbeitsplatz zu finden. Dann kann man auch mehr Geld verdienen. Wir fordern einen Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte. Unterstützen Sie das? Politiker sollten nicht über den Mindestlohn entscheiden. Der Verband Werkstatt rette Deutschland e.V. hat zum Beispiel Angst, dass Werkstattbeschäftigte dann weniger besondere Rechte haben. Und das ist für sie schlecht. Untertitelung des ZDF für funk, pilotisch, Vielen Dank.